7,5 Milliarden Euro. So groß soll der Markt im Bereich Customer Experience 2020 gewesen sein. Mit steigender Tendenz. Kein Wunder also, dass der Begriff mittlerweile überall zu finden ist und sich geradezu zu einem Trendwort entwickelt hat. Was steckt eigentlich dahinter? Nun ja, zentral ist, dass der Kunde im Mittelpunkt aller Überlegungen steht. Dabei sollen die Erwartungen des Kunden in jedem Kontaktpunkt an das Unternehmen übertroffen werden und somit eine langfristige und emotionale Verbindung hergestellt werden. Es geht bei Customer Experience weniger um eine einzelne Disziplin, wie beispielsweise Marketing oder Service. Vielmehr geht es um die ganzheitliche Ausrichtung aller Unternehmensaktivitäten auf die Bedürfnisse des Kunden und die Verknüpfung der einzelnen Bereiche miteinander, sodass letztlich der größtmögliche Wert für den Kunden geschaffen wird. Hi, ich bin Luis und bei mir steht Customer Experience an erster Stelle. Ich bin Luis und wir diesen ossidierter Schiff und haben ein Kollege Vielen Dank.